Erzähl mal was spaßiges. Was spaßiges? Eh du es nicht dran. So, da sind wir wieder bei den Juicy Weapon Gaming News. Und ja, ich mache diesmal das Intro, weil Beta ist zwar da, aber der ist krank. Und diese Woche gab es eh keine Releases. Also schont er sich einfach und liegt hier im Bett. Hallo! Und arbeitet nicht. Dafür haben wir bei den Indie-Games ein paar gute Releases gehabt diese Woche. Das erste heißt Supreme und es ist ein Pizzeria-Management-Game. Wer sich vielleicht noch an die alten Spiele erinnert, Pizza Connection oder Pizza Syndicate. Das ist im Prinzip genau das. Man muss eben Pizza machen, Pizza belegen, Pizza verkaufen. Und in dieses Spiel muss man sie zumindest am Anfang auch selber ausfahren, bis man dann eben Leute dafür einstellen kann. Und dann muss man diese Leute managen. Ist jetzt auf Steam raus und kostet 14 Euro. Das zweite Spiel heißt 4089 Ghost Women. Und es ist ein First-Person-Stealth-Shooter. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie der erste Teil von Deus Ex nur eben prozedural generiert und ein bisschen simplere Grafik. Ist jetzt auch auf Steam raus und kostet 7 Euro. Das kostenlose Spiel für diese Woche heißt O-Inari Origami. Und es ist ein 2D-Plattformer, in dem man einen Fuchs aus Papier in einer Papierwelt spielt. Das Ganze sieht halt aus, als wäre es irgendwie aus Origami-Papier gemacht. Man muss eben das Papier so falten, dass man durch das Level kommt. Weil es verändert sich dann, wenn man das Papier umfaltet. Ist Cross-Plattform, läuft also auf Windows, Linux und auf Mac. Link ist unten in der Beschreibung und wir machen jetzt die News für die Seiten. An der Newsfront sieht sie folgt aus. Google hat seine Top 10 der Suchanfragen für 2014 bezüglich YouTube rausgegeben. Und wer hätte gedacht, Minecraft ist auf Platz 2 und PewDiePie erstaunlicherweise nur auf Platz 7. In weiteren News, für alle Leute, die sich Batman Arkham Knight holen wollen, sollten jetzt eventuell die Ohren zuhalten bzw. das Video auf Stumm schalten. Denn es könnte sich um Spoiler handeln, die als nächstes kommen. In der Collector's Edition wird eine Statue mitgeliefert mit der Aufschrift von einer dankbaren Stadt in Erinnerung an den Gotham Knight. Das könnte sich eventuell um einen Spoiler handeln, denn das impliziert, dass Batman bzw. der Gotham Knight am Ende des Teils stirbt. Last but not least, die CES, die Consumer Electronics Show, hat stattgefunden und die stand dieses Jahr ziemlich stark im Zeichen der VR. Und zwar Oculus Rift hat ein neues Modell rausgebracht, eins mit 3D-Sound, das während man das Oculus-Ding auf dem Kopf hat, automatisch den passenden 3D-Sound dazu generiert, was für eine höhere Immersion sorgen soll. Des Weiteren hat ein Milliardär einen Oculus-Killer rausbringen wollen, sieht extrem dämlich aus, ist auch extrem schwer. Wenn es euch interessiert, Link ist in der Description. Das Ding sieht extrem komisch aus. Razer bringt auch eine VR-Brille raus, und zwar die OC VR, die Open Source Virtual Reality. Also sprich, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, kann sich das Gerät kaufen und selber dran rumbaskeln. Wie gesagt, und wie immer, der Link ist in der Description für Leute, die es interessiert. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiederschauen! Und gib ihm einen Moment, weil das muss im Weltraum und zurückkommen. Es läuft nicht schnell genug! Dann gib ihm einen Moment, der geht. Warte, noch warte, wenn es nicht schnell genug buffert. Razer bringt auch eine VR-Brille. Razer bringt auch eine VR-Brille. Razer bringt auch eine VR-Brille. Wusch. Ich kann's keine 5 Minuten warten, bis es so gebuffert ist. Ich kann nicht 2 Minuten für ein 1,5-Stunden-Video warten. Vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht ist es ja. Morgen gucken wir mal, wer sich entwickelt. Wenn Internet Vietnam wäre, wäre ich mit nur einem Bein rausgekommen. Damals. 56k ist Vietnam gewesen. Warten muss 50 langsamer aufgebaut werden. Eine Aufschrift mit, die sich wie folgt liest, und zwar... Jesus. Erinnerst du dich noch an die Zeit? Warst die ganze Nacht wach, hast zwei Frauen gesehen. True. True.